Mir ist langweilig, ich klicke auf diesen Baum. Heute ist schönes Wetter. Was will sie denn hier? Ah, Hilfe! Was habe ich denn da gefunden? Aha, eine Frau. Sie bricht in einem Haus ein. Das muss ich den Wichter sagen. Herr Wichter, Herr Wichter, eine Frau versucht in einem Haus reinzubrechen. Oh, das muss ich mir ansehen. Und, dass sie in ein Haus eingebrochen sind? Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe das gehört. Stimmt so. Okay, ja, ich habe es getan. Okay, dann hole ich jetzt den König. Sie bekommen ihre gerechte Strafe. Achmel! Susanne! Bruno! Oh! Oh. Eins! Buhh! Bis zum nächsten Mal. Ow. ów. com Untertitelung des ZDF, 2020